Nee, ich wollte eigentlich... Siehst du, ich wollte zum Autohaus. Deswegen, das ist eigentlich alles... Aber du kannst doch die Karre da nicht mitten auf der Straße stehen lassen. Ähm, dann pass auf, ich park mal dein Auto für dich oben, wa? Ähm, wir parken das mal nach da. So, aber dann ist jetzt der andere Verkehr, ja. Naja, wenigstens die Straßenbahn kann jetzt weiter. Oh ja, okay, okay. Okay, Black Lives Matter. Oh, Songsneak, Songsneak. Kriegen wir den noch? Ja. Culture Club, Miss Me Blind. Oh, zeig mal her. Okay, das sollte ich vielleicht nicht mitten auf der Straße machen. Media Player, zeig mal her. Ja. Ja. Vielen Dank.